4 Blocks Staffel 2 Eigentlich will Tony seine Ruhe haben. Und Schluss machen mit Gewalt- und Drogengeschäften. Aber es kommt ganz anders, es wird noch schlimmer. Bei 4 Blocks fließt das Blut wieder nicht zu knapp. Das Leben könnte so schön sein, auch das von Ali, Tony, Hammadei. Ist es aber nicht, denn er macht sein Geld mit Drogen, hat immer mehr Stress mit der Konkurrenz und immer weniger Aussichten, das zu ändern. Seine Frau verlangt immer wieder, er solle aufhören, und er selbst hat auch schon mehr als einmal davon geträumt. Aber die Wirklichkeit in Neukölln ist eine andere, jedenfalls die in 4 Blocks, die in der Tony lebt, den Kitako-Dramadan in der Serie so treffend verkörpert. Schon die erste 4 Blocks Staffel hat viel Aufmerksamkeit erregt, nicht nur, weil sie gekonnt mit vielen schillernden Klischees spielt, die es über den Berliner Stadtteil gibt und die fast immer mit Gewalt, Drogen, arabischstämmigen Clans und organisierter Kriminalität zu tun haben. Nichts davon lässt 4 Blocks aus. Trotzdem oder genau deswegen ist die von der Firma Wiedemann & Berg produzierte Serie mit Preisen geradezu überhäuft worden, darunter die Goldene Kamera, der Grimme-Preis und der Deutsche Fernsehpreis in gleich drei Kategorien. Sie war in etlichen Ländern schon zu sehen, von Frankreich über Polen bis Norwegen. Und nachdem die sechs Folgen von Staffel 1 ab Mai 2017 beim Bezahlsen der TNT-Serie zu sehen waren, zeigte sie Stfneo ab Ende November auch im Free-TV. Nun steht der Start von der zweiten Staffel bevor, die bei TNT-Serie nun donnerstags statt montags gezeigt wird. Am 11. Oktober, 21 Uhr, geht es los, empfangbar unter anderem auch über Sky. Stfneo will die neue Staffel dann 2019 zeigen. Die Serie erzählt die Geschichte der Hamadis, eines arabischen Clans aus Neukölln. In der neuen Staffel expandieren sie kräftig. Es bleibt spannend. Regie führen diesmal Oliver Hirsch-Spiegel, der Untergang, und Özgül derim, nur Gott kann mich richten. Tony Hamadi hat Ärger an vielen Fronten, seine Frau Kaila Maruamzare liebt ihn noch immer, will aber seine kriminellen Machenschaften nicht mehr tolerieren. Sein Bruder Abbas Wüsegelin muss wegen Polizistenmords in den Knast und traut ihm nicht mehr. Hagen Kutscher Oliver Masusi wird bei seinen polizeilichen Ermittlungen gegen die Hamadis immer verbissener und Mohammed Al-Safi Ahmed Hefiane sogar zum erbitterten Gegner, als die Hamadis seiner Familie im Drogengeschäft Terrain abnehmen. Berlin gehört jetzt uns, und das ist erst der Anfang, verkündet Tony. Aber bald darauf brennt schon das Mietshaus, in dem er mit der Unterbringung von Flüchtlingen viel Geld macht. Und tschetschenische Killer sind kurz davor, ihn vor den Augen seiner Tochter hinzurichten. Den ein oder anderen Toten hat es da schon gegeben. Tony's Leben wird nicht ruhiger. Dabei würde er am liebsten ins Immobiliengeschäft wechseln und hat da auch schon ein paar Ideen. Hier treffen sich ein weiteres Mal Fiktion und Wirklichkeit, erst im Juli hatten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Berlin in einer groß angelegten Aktion gegen die organisierte Kriminalität. Dutzende Wohnungen und Häuser im Wert von mehr als 9 Millionen Euro vorläufig beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen Geldwäsche richteten sich gegen Verdächtige aus einer arabischstämmigen Großfamilie und deren Umfeld, die vor allem in Neukölln aktiv ist. Vier Blocks ist eben gut ausgedacht, aber keine reine Fantasie. Ermittlungen in der Arbeit und die Eine Maschinen und Depending auf die Analyse um zu leben, sondern auch unter anderem